Nee, nee, so nicht. Ich mach hier meine Sniper-Kills, klar. In welcher Welt hab ich ihn nicht bekommen? Ja, endlich. Gibt's doch nicht. War der das? War der das? Ist der so blöd gewesen? Nein, das war er nicht. Ey, das kann nicht sein, dass ich mich da durch abschießen kann. So ein Quatsch. Jo Leute, wie geht's euch? Willkommen zu einem neuen Video, wo wir endlich die Sniper wieder spielen werden in Warzone 2, weil sie mit der Signal 50 endlich wieder Potenzial haben, metert zu werden und einfach, dass sie wieder gespielt werden können. Was viele gut finden, viele auch nicht. Und mit der Klasse hier könnt ihr die Gegend dann wirklich mit zwei Kugeln easy down bekommen. Einmal kurzes Tuning noch vom Visier. Ihr könnt das SPX-Visier spielen. Hier das Tuning vom SO-Inline schafft und von dem Finesse-Griff hier noch. Und an einem Schnelldurchlauf kurz noch die AKU, damit ihr die auch noch habt, die Tunings. Hab ich dazu mal gespielt. Finde ich auch ganz nett als Sniper-Support-Waffe. Wenn ihr mehr Sniper-Clips von mir sehen wollt, gerne in die Kommentare schreiben. Checkt die Links in der Beschreibung aus mit Stream und allem. Ich bin da jeden Tag um 9 Uhr live und auch mal abends zwischendurch. Ganz viel Spaß. Let's go. Schade, der ist halt gut cracked, ne? Lange kann er auch nicht unter Wasser bleiben. Nein! Das gibt's echt nicht, ne? Cracked? Ja! GG! 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 Yo, was ist das für einer, der nicht mal lootet? Er weiß, dass ich hier bin, oder? Was? Woher weiß er das? Hm. Ach, der ist doch hier. Wechselst du die Waffe? Ich hab die Waffe gewechselt schon längst. Hilfe! Aber so ist halt nice, ne? So fühl ich das. Komm, komm, komm. Einfach leben. Den nehmen wir mit. Was passiert mit mir? Das kann doch nicht sein. Kann das sein, dass da jemand auf dem Loni landet? Den hat er aber schnell gekappt. Ja, wie komm ich denn hier hoch? Hätte der mich jetzt geholtet? Das wäre wirklich einfach das unfairste Ende aller Zeiten geworden. Oh, da sind Fights. Die Frage, ob hier jemand mich abstauben will. Oder auch nicht. Morgen. War das wohl der einzige? Ah, wenn die keine Platten haben. Die Snipes sind da. Und dann merkt man wieder, Position ist alles, ne? Oh, da. Und dann merkt man wieder, wenn man Sniper schlusslich trifft, ist man am Arsch. Ich hab ein Problem. Ich sag mal kurz die Sniper nach. Nein, er ist schon da. Er schießt nicht. Jo, was ist denn das jetzt? Ich geh lieber voran. Oh nein. Oh nee. Er ist hier, ne? War er das? Ich kämpfe um Leben und Tod. Es tut mir leid. Also, so nicht gerade. Lauf, lauf, lauf. Hinter mir. Nein. Was? Wo kam der Schuss her? Ich seh ihn nicht, Mann. Und hier ist auch noch einer. Der war rechts oben, ne? Und hier läuft einer. Luftraum voll. Ich weiß hier. Oh Gottes Willen. Heil mich bitte kurz. Hier war noch einer vor mir. Reicht. Was? Nein. 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 Da links läuft noch einer. Okay, Moment. DC habe ich noch. Die Platten sind ein Riesenproblem. Ich würde den ganz gerne mitnehmen hier. Der ist schon weg, okay. Das gibt es nicht. Nein, ich kann mich kurz. Ah, ich kam nicht weg. Naja, nice try. Aber das war einfach zu spät alles. Und das ist ja, das ist ja jetzt wirklich großer Quatsch. Dann klettert er wieder nicht, cool. Wohin ist der Kollege? Any cheats? Oder? Ah, die schnappst du's Granate. Schon geil, Mann. Oh, lol. Geil. Schon hier schon gespielt und so sehr korrekter... Dass die einfach in der Festung spawnen, ne? Naja, aber wie geil ist bitte? Hallo? Wie geil ist bitte mein... Spawn gerade? Bitte machen wir das kurz, schnell. Also so schnell war ich noch nie in der Festung. Rekord. Jetzt muss ich schnell hier raus und zum Auto. Komm. Vielleicht den Typ noch mitnehmen. Ja, das wird nix. Aber der soll mal kommen. Boah, gut, dass ich da noch gedodged hab. Ich hab keine Platten, nix. Ja, ich... Vielleicht doch nicht so präzise das Ding. Trotzdem passt down. Und da ist noch einer. Da. Headshot. Zack, down. Oh mein Gott. Dann wird der AKU. Weil die halt im Visier jetzt so langsam ist. Muss ich mich noch sehr dran gewöhnen. Wer denn jetzt schon wieder? Nein, Mörser. Bin noch ein bisschen verpeilt. Muss ich zugeben. Aber alles gut. Zwei hier beim Haus. Hey. Dann aber schnell. Loll. Signal 50 einfach. Klick, klick. Gegner weg. Double Kill. Wo wollen wir hin? Ich mach mal Kopfgeld einfach, oder? Geiles Ding. Ich fass es nicht. AKU doch. Sehr geil. Was ist das für eine Endzone? Ich mach Quad und fahr irgendwo nach oben. Ja, okay. So viel kam jetzt nicht wieder, oder? AKU. Ahu. Ich fass es nicht. Wie gut ist die? Ich mach mir jetzt einfach mal eine Drohne an. Ach du heilige, ja. Das Beste, was ich hätte machen können. Der ist sogar auf meiner Ebene. Der wechselt die Waffe nicht, ne? Drohne hat kein Treibstoff mehr. Ihr kehrt zur Basis zurück. Wichtig, wichtig. Ach du heilige. Hier war noch einer. Freikische Drohne über. Oh, One Shot. Manche, da ist er noch. Zielgebiet markiert. Verschuss freigegeben. Die AKU. Was ist das? Für ein Biest. Hä? Komm ich da? Oh. Komm. Oh. Let's go. Ich fühl mich hier grad nicht sicher. Nicht wohl. Und die Häuser sind auch drin. Ich muss irgendwie Düne oder so spielen. Hab ich. Let's go. Einfach mal machen jetzt. Ja, oder auch nicht, weil hier noch einer gammelt. Chillig. Hallo. Hallo. Was haben. Hallo. Chill. Gewalt. Danke. Das ist ja Wahnsinn. Ist grad nicht passiert. Ich liebe dieses Game. Oh Mann. Warte mal. Ich hab noch einen Prezi, ne? Ja, ist halt Quatsch. Hätte ich auch nicht gewinnen können. Ich hoffe, der Typ, der mich da am Leben gelassen hat, der kriegt jetzt richtig schön gutes Karma und gewinnt das Ding. Drei Leute noch. Leißer. Das ist der. Ah, der Typ hier spielt's halt richtig, richtig auf. Meta, ne? Klebt auf dem Gegner mit Akimbo. Let's go. Eins gegen eins gegen den, der mich grad am Leben gelassen hat. Bitte, bitte. Schade, Mann. Schade, Mann. Ja, es ist so ärgerlich. Kann ja nicht immer der Win sein, Leute. Muss ja auch nicht sein, damit die Videos auch spannend bleiben. Das war auch das letzte Video für dieses Jahr, falls ihr es dieses Jahr noch seht. Und wir sehen uns am Sonntag, am 1. Januar wahrscheinlich wieder. Hier kommt ihr zum letzten Video und checkt natürlich gerne die Links in der Beschreibung aus. Streamt gerne mal reinfolgen, würde mich sehr, sehr freuen. Da sind wir auf dem Weg zu den 90.000 gerade. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Ich hoffe, ihr kommt gut ins neue Jahr rein. Lasst euch gut gehen. Haut rein, liebe Leute. Und bis zum nächsten Mal.